wir haben nicht vergessen wir sind wir bleiben beständig ganz gleich wo wir herkommen der könig der also nix gegen rätsel aber wie soll es feier erscheinungsform das könnte sein und der herrscher über den wind er bewahrt die gerechtigkeit als herrscher der schatten und der stille vernimmt er die stimme der armen er hört die geständnisse der demütigen und vergibt ihnen scheiße das ist kompliziert das finden gott dazu mir dumm und grau vielleicht ja die frage ist muss das genau sein oder ungefähr das ist die frage warte mal das schaut gut aus aber hier hat sie was getan also kann das ja nur richtig sein da komm her du und deshalb gestimmt anscheinend und hat doch was gemacht hier das gestimmt haben fuck so so ja da macht doch was hier macht er was also nicht richtig so 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 schlecht aus in die richtung da oder was da würde man nur sagen in die richtung ja okay das muss genau passen aber so ungefähr muss erreichen oder ist schau gut aus oh gott ich hab's ja okay ich meine ich dachte halt ungefähr war anscheinend muss es genau passen aber soll mir nur recht wenn es einmal bescheid weiß musste beim zweiten mal erleichtert sehr schön man kriegt xp für das ja okay das haben wir ja schon ja okay okay läuft schon läuft schon wir haben das schon schon fortsetzen zurück zum titel so was haben wir denn dann noch hier haben wir einen auftrag wieder die heilerin da könnte man uns auch hinhauen aber da werden wir wieder reiten weil das ist immer zu jetzt kamel ja ich mag dieses kamel ist es so geil aber kamel das ist ein bisschen kürzer hier irgendwie die automatik die geht nicht so recht ja meinem weg wahrscheinlich bei der gebirge im weg ist mein gebirge hat mir noch nie gestört hoffentlich geht er da drüber da gehst du drüber oder ja like a pro kamel langsam kommen wir mit dir klar so wären wir freunde wenn du überall da hinreitest wo ich hin will das ist wieder eine mauer im weg okay den rest geht zu fuß danke kamel hier für eine leichenschau war das ich also nicht dass ich mich erinnern kann ich war das net wer war denn das ist nichts abzustorben ja grüß dich wie schön es ist dich wieder in sieva zu wissen so rakel na dann quatsch mal mit dir du hast zehn Uhr wieder gesund gepflegt ich dachte ich sehe sie nie wieder sie ist ein zähes altes mädchen wie du ha 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 Bayek Hepziffer sagt dass du die dorfbewohner heilst so gut du kannst es würde mich freuen dir zu helfen es ist freundlich von dir möge dein K gesegnet sein ich kann immer hilfe gebrauchen die soldaten sind grobe jahne fast jeder dorfbewohner hat schnitte prellungen und gebrochene knochen um zu helfen habe ich ein notdürftiges per ang in den tempelruinen errichtet freunde bringen mir arzneien aus jammu aber jetzt halten die soldaten jeden auf der ins dorf kommt und stehlen die waren also versuchten wir es stattdessen mit boten aber auch die wurden aufgehalten sie haben die letzte lieferung versenkt die medizinfläschchen sind am boden des sees verstreut ich hole sie für euch danke Bayek bringen sie zum alten tempel ich muss jetzt dorthin alles klärchen Sinnoh kann mir helfen Sinnoh ist geil das merke ich schon meine runter warte mal wir besorgen uns jetzt ein bisserl warte mal hier da bisschen 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 äh Leder und so blündern blündern immer blündern oder nicht hab du drei ah hier schadet nicht so also nur das oder was geh mal schwimmen in die drecksbrühe da eine drecksbrühe da auch wieder mal aufhören dass ich hier drauf geh duft und so haben wir genug das hört aber geil aus die unter wasser wäre geh mal gleich noch mal runter komm ich geil aus und da gibt's auch was äh scheiße ups da gibt's auch was abzustauben hier überall was abzustauben ja ja schwimm ich glaube ich sollte wieder da rum scheiße das ist eine höhle komm geh mal wieder raus ey nicht dass ich hier absaufe mit schwung und so also da gibt's mehrere medizin krüge aha 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 erledd klärchen so hol mal luft und weiter geht's so hammer ringster hammer läuft doch nix mehr schaut aber grafisch richtig geil aus wenn ein Haifisch hier ankommt gibt es rabia wartet auf die medizin jaja ich beeil mich ja schwimmen tut er schneller wie er laufen tut kommt mir vor bis aus langsamer theoretisch ja Schnecken tempo halt ne scheiße wenn man nass ist schneller laufen dann wirst du auch schneller trocken so dann gehen wir das nochmal ab hier läuft das läuft das läuft ich hab da ne medizin was ist passiert warum sind die kranken nicht in den tempelruinen wir soldaten haben uns hinausgeworfen obwohl ich den nomarchen für die tempelbenutzung bezahle kommen alle paar wochen soldaten und nehmen uns unsere medizin und vorräte es sind immer dieselben sie nennen es tribut eine steuer für die königliche armee des pharao wir haben kaum das nötigste um den ganzen armen seelen zu helfen sei unbesorgt rabia ich sorge dafür dass sie dich nicht mehr belästigen genau wir wollen jetzt aufs maul so töte die soldaten die das haus des lebens plündern machen wir mal die kleinen piesels da vorne aber bevor wir das machen gehen wir mal gucken so nett dass da hier hundert sind übertrieben gesagt wir sind es nur zu dritt oder was ne oder sicher mehr oder net ne 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 rauf runter 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 kackvogel ich hab doch gesagt runter wieso fliegst du noch hoch da willst du mich verarschen runter da ist wirklich nur drei oder was ne ist sogar level 6 mehr sind es echt mir soll es recht sein es gibt es aufs maul für die pissei ich lass den vogel jetzt angreifen ich finde es so geil mit einem angriff dieser ort wird schwer bewacht schwer das sind drei gegner gerade mal scheiße scheiße das sind doch mehr scheiße das sind doch mehr wieso habe ich dir nicht gesehen warte mal da ist nur einer da ist auch nur einer sind es ja wohl mehr da ist auch nur einer denke mal der verbrechen sie wie warme semmeln grad mein kaka hier ist nichts mehr das passt das sind ein paar kacktauben alles kein problem So, greif den nochmal an. Alter, wieso ist der nicht gescheit zugeschlagen? Von oben nochmal. So wollte ich es zwar nicht machen, aber ist egal. Aua, aua. Chillt mal. Schön chillen. Dieser Superschlag da, der möchte gern, der funktioniert extrem gut. Das muss ich sagen, der funktioniert ja megamäßig. Normal sollte da hinrennen und denen einfach die Fresse hauen, aber irgendwie macht er das nicht. Also richtig geil. Muss ich die jetzt nochmal auskundschaften? Oh, echt jetzt? Gucken die aber speichern. Egal. So. Und den ganzen Pisser. Oder die werden immer mehr, aber ich habe das Gefühl. Ho! Schlecht. Das sind ein bisschen viele hier. Okay. Genau, Zivilisten. Ja. Ja. Dann geht's mal. Ja, ich bin dran. hammer allerdings sollte man den irgendwie mitnehmen kann man den aufheben normal muss man tragen kann kann ich den tragen nicht cool nicht cool mittagspause bei denen offensichtlich so und dann schauen wir mal was man mit dem feilen hier machen können irgendwelche die was nicht nebeneinander stehen werden cool ja da zum beispiel der 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 ist sehr gut ihn da müssten wir irgendwie wissen können das müsste doch gehen was gefunden was übliche jetzt kommt er wieder ein paar münzen aber den könnten auch festen keine erbsensuppe mehr wir machen wieder mal ein cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020